Der schonende Umgang mit der Umwelt ist in aller Munde und wichtiger denn je. Die König GmbH mit ihren beiden Standorten in Ottensheim und Hartkirchen weiß um diese Tatsache und agiert daher bei sämtlichen Installationsarbeiten und Dienstleistungen mit größtem Verantwortungsbewusstsein. Zum einen ist das Unternehmen ein wahrer Meister auf dem Gebiet der Alternativenergien, wie zum Beispiel Solartechnik, Pelletsheizungen und Wärmepumpen. Zum anderen beeindruckt der mit dem Solar Award ausgezeichnete Betrieb mit seiner Vielseitigkeit in den Bereichen Sanitär und Wellness. Ob eine neue Wärmekabine mit integrierter Sauna oder Installationen aller Art, die König GmbH verfügt für jedes Aufgabenfeld über ein exzellent ausgebildetes Team, um ihre Wünsche in höchster Qualität umzusetzen. Fragen zu Heizen-, Kühlen- und Haustechnik-Installationen? Die König GmbH findet seit über fünf Jahrzehnten stets die besten Antworten, vertrauen auch sie dem oberösterreichischen Meisterbetrieb. Weitere Infos gibt's auf www.könig-ot.at und Begriffe Die König GmbH Weitere Infos gibt's auf www.könig-ot.at Die König- und Hautechnik-Installationen? Und ..."